Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Teil der Videoreihe des Themenschwerpunkts Betriebliche Mobilität. Mein Name ist Mario Hirtz, ich bin Assoziator, Professor und Stellvertretender Leiter am Institut für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität Graz. Im Themenschwerpunkt Management nachhaltiger betrieblicher Mobilität haben wir zwei Videos vorbereitet. Im ersten Video stelle ich Ihnen die Grundlagen des Flottenmanagements vor und diskutiere den Einsatz digitaler Technologien. Im zweiten Video gehe ich auf den Wandel vom Flottenmanagement zu einem gesamtheitlichen, nachhaltigen betrieblichen Mobilitätsmanagement ein. Wir möchten Ihnen im Zuge dieser Videoreihe einen Überblick über die Transformation des Mobilitätssektors geben. Neben den Lernvideos werden Ihnen Literaturverweise und Aufgabenstellungen zum Selbststudium bereitgestellt. Am Ende des Kurses können Sie eine Selbstevaluierung über das gewonnene Wissen durchführen. Das betriebliche Flottenmanagement ist dafür verantwortlich, dass in einem Unternehmen für alle betrieblichen Prozesse die benötigten Transportmittel zur Verfügung stehen und sämtliche Fahrzeuge im Fuhrpark optimal genutzt werden. Dies betrifft sowohl die grundlegende Einrichtung und Organisation der Fahrzeugflotte als auch den sicheren und gesetzeskonformen Betrieb der Fahrzeuge. Je nach Unternehmensart und Mitarbeiterinnenanzahl werden verschiedene Anforderungen an die Zusammensetzung des Fuhrparks gestellt. Hierbei ist es wichtig, die tatsächlichen Bedürfnisse vollständig zu erfassen. Oftmals setzen sich betriebliche Flotten aus unterschiedlichen Fahrzeugen zusammen, zum Beispiel PKW, LKW und Kleintransporter. Zunehmend werden auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge und Kleinfahrzeuge, zum Beispiel ePkw und eBikes, eingesetzt. Für das optimale Management der Fahrzeuge spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle, zum Beispiel zur Fahrzeugortung, Verarbeitung von Statusmeldungen und Unterstützung bei der Navigation. Des Weiteren können Kenntaten in Echtzeit aufgezeichnet werden, wie zum Beispiel Fahrstrecken unter Kraftstoffverbrauch. Die Aufgaben des Flottenmanagements sind vielfältig und können sich je nach Unternehmen und Kundenstruktur deutlich unterscheiden. Auf dieser Folie sind die wichtigsten Themenfelder zusammengefasst. Das Fahrzeugbestandsmanagement mit den Bedarfserhebungen, Bestellungen und den verschiedenen Prozessen zur Abwicklung und Service. Die Koordination der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Fahrzeugflotte. Dies ist ein wichtiger Teil des operativen Flottenmanagements mit den Buchungen, der Zeiterfassung und gegebenenfalls der Routenplanung. Das Kostenmanagement und die Kostenoptimierung beinhalten Finanzierung und Controlling sowie die Analyse der Flottenauslastung und des Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs. Dies kann je nach Genauigkeit der Verfahren auch eine Profilerfassung der Fahrer umfassen. Das Schadenmanagement und die betriebliche Haftung sowie das Thema Sauberkeit und Hygiene gewinnen zunehmend an Wichtigkeit. Diese Themen werden in Zukunft noch interessanter, wenn autonome Fahrzeuge in den Flotten eingesetzt werden. Dann gibt es noch weitere Themenfelder wie die Verwaltung, den Mitarbeitersupport, zum Beispiel im Schadensfall und das Energie- und Kraftstoffmanagement. Eine wichtige Herausforderung im Flottenmanagement ist die Reduktion von CO2-Emissionen. Dies wird vom Gesetzgeber gefordert, aber auch zunehmend von Kunden und der Gesellschaft. Die Lösungsansätze sind so vielfältig wie unsere Unternehmenslandschaft selbst. Deshalb wird zu Beginn eine detaillierte Erhebung des Mobilitäts- und Transportbedarfes empfohlen. Hier ist es wichtig, die speziellen Randbedienungen und Einflussgrößen zu berücksichtigen. Zum Beispiel Kundenanforderungen, Profile der Flottenauslastungen, die Möglichkeiten, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, sowie ganz einfache Aspekte wie zum Beispiel die Wetterbedienungen in den verschiedenen Jahreszeiten. Im zweiten Schritt wird der Fuhrpark geplant mit dem Ziel einer optimalen Erfüllung der betrieblichen Anforderungen bei gleichzeitiger Minimierung der CO2-Emissionen. Nicht zu vergessen ist der Kostenfaktor, wobei es hier einige Einflüsse gibt. Investitionskosten, zum Beispiel für die Anschaffung der Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur, Betriebskosten, zum Beispiel Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch und Förderungen und Incentives in den verschiedenen Regionen. Ohne jetzt mit den Ergebnissen vorgreifen zu wollen, aber es sind meist gemischte Fuhrparks am besten geeignet, die verschiedenen Anforderungen zu erfüllen. So kann ein Mix aus Fahrzeugen mit konventionellen, hybriden und elektrischen Antrieben bei entsprechender Nutzung die CO2-Emissionen deutlich senken. Des Weiteren sind alternative Fahrzeuge und Mobilitätskonzepte interessant, zum Beispiel E-Bikes und Lastenräder im Nahverkehr. Im Falle der Umstellung auf elektrische Antriebe ist die Planung der entsprechenden Infrastruktur wichtig, da dies sowohl Kosten verursacht als auch Platz in Anspruch nimmt, zum Beispiel Fahrradabstellplätze, E-Ladestationen oder die Einrichtung von Haltestellen für den öffentlichen Verkehr. Der dritte Schritt, das optimale Management, ist wichtig, um das Potenzial eines gemischten Fuhrparks auch nutzen zu können. Hierzu kommen datengestützte Werkzeuge und Methoden zum Einsatz, welche bei der bedarfsgerechten Fahrzeugauswahl und Routenplanung unterstützen. Der Erfolg der Maßnahmen hängt wesentlich von der Mitwirkung der Kolleginnen und Kollegen ab. Die Schaffung von Anreizen kann hier Bewusstseinsbildung unterstützen, zum Beispiel durch CO2-Apps mit Tracking- und Anzeigefunktion oder Bonussysteme. Dieses Video schließt mit Aufgabenstellungen für das Selbststudium. Die Fragestellungen auf Folie 6 sollen Sie dabei unterstützen, die betriebliche Mobilität in Ihrem Unternehmen zu analysieren und Ideen zur Einführung einer nachhaltigen Mobilität zu entwickeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.